Und damit willkommen zu einem weiteren Jump-Link Video auf dem Playmanity Server. Ja, der Server leckt. Ein bisschen. Aber das ist irgendwie Standard geworden. Ja, ist so. Ja, eine kleine Info vorab und zwar, ich nehme hier alles, wirklich ganz alles, ganz alles, ja. Mit OBS auf, das heißt Stimme, Video, Musik und das weiß ich halt. Und das hat einen simplen Grund und zwar habe ich morgen, beziehungsweise für euch heute, alter, nicht dein Ernst. Einen normalen Test und einen Aufnahmetest in einer Firma. Also da geht es halt darum, ob ich in einer Firma genommen werde und da arbeiten darf und dann Geld verdienen darf. Ganz einfach, ne. Ja, okay. Ich habe alles gesehen. Nö. Nö. Nein, okay. Das hasse ich halt am Playmanity in letzter Zeit, richtig. Alter, was ist denn die Kiste überhaupt? Gott, hier ist sie. Uh, na. Ja, immerhin ist eine Angel dabei. Das ist nicht so schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, für mich ist es morgen, für euch heute. Und, ja, ich, äh, habe halt jetzt wenig Zeit und ich sollte ein bisschen was lernen. Also für einen Aufnahmetest und für den normalen Test, habe ich zumindest gehört. Wenn man, äh, eine gute Note haben möchte oder in der Firma genommen werden möchte, dann sollte man durchaus ein bisschen was können. Und deshalb, äh, sollte man auch was lernen, damit man was kann. So von alleine geht das leider nicht. Zumindest bei den meisten. Ich kenne zwar Leute, die lernen überhaupt nichts und schreiben immer wieder eine gute Note. Aber das sind halt dann die Leute, die im Unterricht immer aufpassen und keine Scheiße machen. Das kann ich aber nicht, äh, ist so. Ich kann mich irgendwie im Unterricht nie so konzentrieren oder pass einfach nie auf. Ist einfach so. So, jetzt ist da, ach shit, das ist das Modul. Okay, fast try, oder? Fast try, ich weiß es nicht, ich hab's vergessen. Ach man, ey. Ja, ähm, das Video wird halt nicht bearbeitet und, ja, einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich jetzt was lernen sollte. Da ich aber ein Video bringen möchte, äh, mache ich das einfach auf diese Art und Weise. Ja, genau. So, und das Geile daran ist, übermorgen, also für euch morgen, ist auch, äh, eine Schularbeit für mich. Das heißt, ich hab eigentlich, äh, ja, die ganze Zeit was zu lernen. Geil, ne? Alter, jetzt schon die Eisenhose. Alles klar. Was ist denn das für ein Modul? Ach so, das ist eh schon Modul 5. Okay. Ja gut, dann ist es, äh, durchaus verständlich. Ja, genau. Also man sollte schon, äh, die Leertaste drücken, also strengen, wenn man, ähm, das Modul schaffen will. Sollte man, äh, aber nicht jeder kann das. Also in dem Fall jetzt ich. So, jetzt kommt ein Modul, das hasse ich eigentlich, obwohl es nicht mal so kacke ist, aber trotzdem hasse ich es. Ja, ist so. So, ich halte mir hier auch meine, auf meine Tastatur wieder so richtig krass. Das, äh, kann durchaus stören. Ich hoffe mal, es stört aber nicht. So. 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 Ja. 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 Geil. Uh, Eisen, alter. Jetzt fehlt nur meine, alter. Also ich kriegte euch nicht, sind wir jetzt schon recht gut dabei, jetzt fehlt eigentlich nur meine Eisen, Hanisch und dann haben wir das Ding. Alter, ich hab das erste Mal Kistenglück. Jetzt fehlt eigentlich, ja gut, äh, Steinschwert auch nicht, denn ich habe eine Eisenbergsland, die ist Steinschwertwertig. Aber dennoch ein Steinschwert wäre mir lieber, denn ich kämpfe einfach lieber mit einem Schwert, vor allem, äh, Block hätte ich ja momentan noch. Jetzt geht's ja noch, in der 1,9 leider nicht mehr. Und ja, das hilft halt auch. Das halt Block hätte ich. In der 1,9 gibt es ja als Ersatz dann das Schild, äh, ja. Ja, ob das wirklich so gut funktioniert, ist halt so eine Sache, muss man abwarten. Ist so. So. Ja. Ja. Oh. Das war ein guter, fast guter Versuch von mir, aber auch nur fast. Fast ist aber auch nicht ganz, zumindest nicht immer. Ja, nice. War auch ein sehr guter Versuch. Ähm, ich bin erst, ich hätte das nicht sagen sollen. Und dann jetzt, äh, holen mich bestimmt alle auf und ich verkerke wieder alles. Äh, ach nee, oder? Ach nee. Vor allem, ich bearbeite das Video gar nicht. Das heißt, ihr müsst euch die ganze Scheiße hier ansehen. Oder spielt, äh, spielt einfach nach vorne oder spulen nach vorne. Spulen ja nicht, das ist ja ein altes Video mehr. Oder skippt oder schaltet. Oder was weiß ich. Nach vorne einfach. Es kann, wenn ich mich weiter so doof anstelle, durchaus dauern. Rollback. Was? Ach komm, Mann. Oh Mann, ey. Alter. Was ist das für ein Drecksmodul, hä? Ohne Witz. Also wenn ich da keine Eisenharnisch bekomme, äh, nach diesem Scheißmodul, dann verklage ich diesen, äh, Server. Aber, alter, das tut mir leid, Leute, aber ich, bin halt nicht der Oberpro, LP, HD, Gamer, XXX. Vor allem, ich bleib irgendwo hängen, glaub ich. Ich weiß nicht genau wo. Ich glaub, äh, den Kack. Ja, genau. Und jetzt spring ich drüber. Jo, wahrscheinlich. Ja, zack. Ja, wir haben's geschafft. OMG. Ja. 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 Oh. Ja. Oh, nee. Ach, komm. Ach, Mann. Alter, wie klar war das, bitte? Hey, ohne Witz. Ist das eine Frechheit. Frechheit. Oh, ja, wir haben's wieder geschafft. Ja. 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 Ja, ich sag immer, ja. 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 Oh. Geil. Nein. Ach, nee. 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 Das soll ich nicht ein, hier. Nee, soll ich, hier, schon mal gar nicht ein. Alter, ist das ein Scheiß-Modul. Das kann doch nie im Leben Modul 18 sein. Und was wetten wir bei anderen Leuten oder anderen Runden ist das dann Modul 9 oder 10. Das ist halt das Unfaire an Jump League. Die, äh, erstens der, äh, das Equip-Aufteilungssystem und dann, ähm, welche Module halt kommen. Denn ich seh' teilweise Module, die sind viel leichter und sind als schwer eingestuft und dann gibt's Module, die sind extrem schwerer, einfach schwerer und sind aber als normal eingestuft. Jetzt brauche ich's eigentlich gar nicht mehr probieren. Oh Gott, ey. Ach, nee. Nee. Vielleicht hätte ich die Kiste oben bekommen können. Aber jetzt ist auch schon egal. Ach, Mann. Aber so, vom Equip hier sind wir eh nicht schlecht dran. Das ist ja, ähm, gut eigentlich. Aber es muss ja die Map kommen, ne? Die Map, die ich über alles hasse. Und ich hab' kein Steinschwert, alter, nee. Oh, Mann. Ja, genau. Jetzt kommt der Abstand, diese Missed. Ja, okay, okay. Ja, was? Ey. Ja, nice. Leg noch mehr, Lukagi-Server, ey. Alter. Ja, easy. Easy abgestorbt, Digga. Nein, aber, noob, meint der nicht? Ja. Alter. Leck das hier wieder. Okay, easy. Nein. Ähm, ja, so ein Steinschwert wär schon ganz nice. Dann könnte ich halt Block hitten. Ich glaub, hätte mehr sein, ne? Nee. Geht auch nicht. Na, komm, Junge. Minion. Ja. Ja, nice. Oh Gott. Ja. Oh. Alter. 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 Ja, ich hab jetzt auch gerne einen Popschutz gar nicht um. Das fällt, glaub ich, schon auf. Aber das liegt einfach daran, dass, ähm, der provisorische Popschutz, wenn ich mir selber gemacht habe, ähm, nicht die Position hält, in denen ich ihn so einstelle. Der hält das nicht. Das hab ich ihn einfach runtergetan. Ähm, das nervt halt, wenn ich ihn jedes Mal neu positionieren muss. Und der richtige Popschutz ist noch immer nicht da. Es ist voll krass, ey. Aber, äh, meine Tante hat gesagt, das könnte durchaus daran liegen, dass es ja in Asien, äh, ja, andere Zeiten sind. Jo, wahrscheinlich. Alles klar. Hacks aktiviert, oder wat? Ne. Seh ich hier schon mal gar nicht ein, ey. Alter, was haben die jetzt für eine Range, ey, Digga. Oh mein Gott. Alter, ne. Ja, wahrscheinlich. Du mieses Sackratte, ey. Da kommt er abstorben. Ne, ich brauch ein Versteck, ganz kurz. Ich muss regenerieren, ich kann mir das nicht leisten. Alter. Regenerier doch schneller, ey. Ohne Witz, was ist das? Aber für mich bin ich trotzdem besser als die anderen, schätze ich. Aber die anderen haben halt so eine krasse Range Fallen. Das ist ja die Kack-Map hier. Hier schlägt man ja sau oft aus, wir sind das Gras und nicht den Gegner. Ach shit, vom Essen her sind wir auch nicht gut dabei. Wir haben drei Pfeile, das müssen wir uns merken. Ja, es tut mir leid, dass ich hier niemanden killen kann, aber ich kann das nicht riskieren. Wenn mich der eine Typ hier nicht darunter geschlagen hätte, oder keine Ahnung, wo das halt war, hätte ich gesagt, ja komm, hast du noch ein Leben, scheiß drauf. Aber jetzt nicht. Naja, kann man schon suchen gehen. Ja, okay. Ach, das lebt ja noch mal einer. Okay, ja dann passt das ja. Ja, bitte, bitte, bitte. Ach komm. Ja, ist schon klar. Ja. Ja, nice, ey. Alter, wir haben es geschafft. Komm, beleidigen mich. WTF. Was? Hacker. Ja, danke. Von eBay. Um ein Euro. Okay, auf das habe ich noch gehofft, dass er uns beleidigt. Vor allem, das war genau der Typ, der uns eine Zweier-Kombo, also so richtig eine fette Kombo gegeben hat, also an der einen Stelle, wo ich halt runtergeflogen bin. Das war der Typ, das ist auch der Typ mit der krassen Range, Alter. Zumindest für mich, ich habe ja so, ja, jetzt sind es 61, jetzt sind es 89, so, sag mal durchschnittlich einfach 70, sag ich ja immer, ähm, da ist für mich selbst eine mit einem 30er Ping einfach schon, ja, Ping, könnte man sagen. Aber gut, das soll jetzt, hier, und jetzt nicht das Thema sein. Und, ja, äh, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, und lasst Kommentare und lasst eine Bewertung da, und bis zum nächsten Mal. So, das war fast gut formuliert. Ja, tschüss.